Ich interessiere mich schon seit ich ziemlich klein bin für Geschichte, Archäologie und so. Ich denke, das hat damals noch mit Büchern und Hörspielen angefangen. Dann Jurassic Park und Indiana Jones ist zwar Archäologe, Indiana Jones, aber das war mir damals eigentlich egal. Es hat mich eigentlich schon immer alles interessiert, was irgendwie in der Vergangenheit lag. Und daher kam auch das Interesse und da habe ich mich einfach entschlossen. Ich würde gerne Geschichte studieren. Was kann ich jetzt noch ein Jahr lang machen, um mich darauf vorzubereiten? Der junge Göppinger Aaron Horn entschied sich für einen Bundesfreiwilligendienst im Städtischen Kreisarchiv in Göppingen. Dort traf er auf noch viele unerforschte Themen. Eins interessierte ihn besonders. Auch, weil es bis heute Auswirkungen auf die Stadt Göppingen hat. In meiner Arbeit geht es um Gastarbeiterinnen im Landkreis Göppingen. Das heißt, ich fange in meiner Arbeit 1955 an, wo es dann so langsam losgeht mit dem Gastarbeiterstrom nach Deutschland. Und Ende dann 70, 71, 72, wo dann die erste Welle ihr Ende findet. Und grundsätzlich schaue ich mir einfach an, wie haben diese Menschen damals in Göppingen gelebt? Wie wurden die behandelt? Und wie haben sie hier die ganze Stadt auch verändert? Gesamt vom Eindruck war eigentlich, dass wir sehr viele Parallelen damals zu heute hatten. Generell vom Gesellschaftsaufbau, auch teilweise vom Alltagsrassismus her, der vielleicht gar nicht böse gemeint war, aber er war halt in der Bevölkerung verankert. Und dass man die Menschen damals zu Anfang wirklich, man kann sagen, im Stich gelassen hat. Gerade die Jüngeren, es gab praktisch keinerlei Integration oder Sonstiges. Es musste sich erst ganz langsam entwickeln. Und das sind Mechanismen, die heute noch nicht mal abgeschlossen sind. Das heißt, da kann man wirklich sehen, dass vielleicht zu lange, zu wenig für diese Menschen getan wurde. Die Männer und die Frauen mussten getrennt leben in Baracken und die Kinder leider auch. Und es hieß dann prinzipiell, die Eltern sind den ganzen Tag auf der Arbeit. Da war es ja mit dem Arbeitsschutz und so noch nicht so weit. Und die Kinder sitzen daheim und machen nichts. Die kriegen ja ein paar Spielsachen. Die durften nicht einfach in die Schule gehen hier in Deutschland. Das hat sich dann alles erst Jahre später entwickelt und sind dann oft eben auch verwahrlost. Das war halt ein Riesenproblem. Also ich bin froh, dass es heute jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist. Aber es war damals die ersten Jahre echt nicht gut. Aber die ganzen Dinge, die damals passiert sind, kann man sich eigentlich wirklich als Lehre nehmen für heute und dann sagen, okay gut, wir haben damals was falsch gemacht, machen wir es heute besser. Daher ist Aaron Horn glücklich, wenn seine Arbeit den Menschen neue Erkenntnisse liefert. Einige Stunden hielt er sich dafür im Archiv auf. Wirklich der größte Teil, das waren Zeitungsberichte, Zeitungsartikel von alten Zeitungen, die wir im Archiv gelagert haben. Das sind so Riesenbände, die sind mordsschwer. Und da einfach durchgehen, durchgehen und immer schauen, wo steht mir was über Gastarbeiterinnen hier in Göppingen. Das recherchierte Material fasste Aaron Horn in seinem Arbeitszimmer zusammen. Herausfordernd war für den jungen Erwachsenen dabei vor allem, einmal natürlich, dass einfach die schiere Menge an Daten, die man da ansammeln kann, ist natürlich erdrückend. Also ich würde mal sagen, ich habe jetzt einen kleinen Teil von dem, was man da wirklich rausziehen kann, analysiert. Aber was da dann auch wieder das Tolle ist, ist wirklich die wichtigen Daten rauszuziehen. Also man liest sich so einen Artikel durch und dann muss man den wie praktisch früher in Deutsch in der Schule interpretieren, dann wirklich rausziehen, einmal den Zeitgeist, wie die Menschen damals gedacht haben, wie die über die anderen Menschen geschrieben haben. Und es ist dann auch wieder ziemlich fesselnd, also so ein Hin und Her. Das Interesse am Thema überwiegte, auch wegen seinen persönlichen Beziehungen. Ich kenne viele, die Kinder von ehemaligen Gastarbeiterinnen sind oder Enkelkinder. Und wenn man sich da einfach mal anschaut, das sind Menschen, die haben praktisch nicht nur ein Zuhause, wie jetzt vielleicht andere Menschen hier in Deutschland. Die haben zwei und die können nicht sagen, gut, ich bin jetzt zum Beispiel Deutscher oder Italiener. Die sagen, ich bin Deutscher und Italiener. Und gerade diese ganz andere Lebensmentalität, das ist eigentlich so, was mich echt interessiert hat. Aufhören zu forschen möchte er nicht. Deshalb studiert er jetzt Geschichte in Freiburg. Vielleicht seine neue Heimat? Der engere Begriff Heimat ist die Stadt, wo man wohnt, das Haus, wo man wohnt oder die Wohnung. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es immer mehr etwas Europäisches, zumindest für mich, jetzt annimmt. Wenn man wirklich sagen kann, gut, wir haben die Länder, wir haben die Städte und sowas, aber im Grunde genommen sind ja die Grenzen da auch nur in unserem Kopf da. Wenn man sich denkt, wie vermischt das heute alles ist, könnte man sagen, Heimat ist eigentlich wirklich nur da, wo man sich auch heimig fühlt. Entscheidend sind für Aaron Horn die Menschen, die er trifft. Egal, aus welchem Land sie kommen. Egal, aus welchem Land sie kommen.